In Hamburg sagt man, Moin und Damen und Herren, herzlich willkommen, Freunde, zu dem nächsten YouTube-Video auf meinem Kanal. Und heute machen wir zum ersten Mal in FC 25 ein Foot-Draft-Battle. Der Verlierer muss heute eine Icon diskarten. Wir filtern nach einer Icon am Ende und der Verlierer muss diese diskarten. Wir wissen noch nicht, wer es ist. Es könnte Kreuz sein, es könnte R9 sein, es könnte Vieira sein, es könnte alles sein. Und zu Gast ist heute Fabio. Was geht ab, Bro? Was geht, Freunde? Sehr, sehr geiles Drafting. Ich freue mich. Ja, Mann. Habe ich mir lange nicht mehr gemacht. Vorhin lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, 700 Likes. Und damit zeigt er mir, dass ihr öfter solche Videos sehen wollt. Und ich würde sagen, schreibt auch gerne Fabio ab, Link in der Bibelbeschreibung. Und ich würde sagen, Bro, bist du ready? Ich bin ready, klar. Hast du die letzten Discards auf meinem Kanal gesehen? Ich habe es leider mitbekommen, ja, zu deinen, zu deinen Mistkunden. Ich musste Vinicius Junior diskarten. Von daher, es kracht bei mir komplett. Heute wird der neue Discard, ich spüre es. Okay, Jungs. Übrigens, folgende Regeln gibt es. Eigentlich gibt es keine großen Regeln. Die Person, der ein höheres Rating hat, gewinnt es. Also ziemlich einfach, oder? Ja. Boah, so ein Team zur FC25 wäre doch genial. Aber wer kann sich sowas leisten? Bei Lootbar findet ihr die günstigsten und sichersten Coins auf der ganzen Welt. Und es ist unfassbar leicht. Zum Beispiel 100.000 Coins kosten aktuell 60 Euro. Ihr klickt auf die 100.000 Coins, gebt den Code NHeisen ein und spart weitere 8%. Und zusätzlich bekommt ihr 5% Extra Coins. Und das Ganze ist innerhalb von einer halben Stunde auf eurem EAFC-Konto. Zudem benutzen extrem viele Creator Lootbar. Also wenn ihr FC25 Coins braucht, dann Link in der Videobeschreibung. Okay, Bro. Was für Formats hast du am Start? Ich kaufe gerade erst mit Münzen mich hier ein. Und guck mal an. Nicht so eine geile Formation bei mir. Ich gehe mit 4-3-3 rein, Bro. 4-3-1-1. Nicht so cool, aber passt erst mal. Okay, ich habe gehört, Heroes soll crazy sein, aber wir gehen nicht mit einem Hero heute, oder? Ich gehe mit einem Hero. Gehst du echt? Okay, denke ich auch mit einem Hero. Weiß ich nicht. Okay. Bist du gut in Drafts bauen? Boah, ich habe viele Drafts jetzt schon gebaut. Ich habe viele Draft-Videos aufgenommen, auch in den Streams viel Draft gebaut. Also ich sage ehrlich... Einer ist Pro, Digga. Hilfe. Aber das Ding ist, es kommen schwer Icons, und es sieht auch hier wieder danach aus. Ich werde sehr oft von der... Also auf dem Squad-Kanal habe ich jede Woche einen Draft gebaut, und in den Kommentaren hieß es immer, dass ich keine Drafts bauen soll. Oh, okay. Wird sich guter für mich. Die Leute mochten mich aber auch nicht. Hat ich ja eigentlich gar nicht gehabt. Die Leute wollten nur immer SBBs sehen, aber jetzt gibt es ein Draft-Battle, und der Verlierer muss heute erneut in das Karten. Gefühlt. So, aha. So, haben wir dann Hero? Nehme ich auch direkt wieder mit. Macht man, glaube ich, nichts mit Falschen. Ich habe auch ein Hero... Ich habe auch zwei Heroes mit Hero. Ich kriege halt keine Chemie rein, stand jetzt. Sieht echt nach Krach aus. Ich glaube auch, dass Chemie das Wichtigste ist. Gerade am Anfang, Bro. Das sieht so aus. Gerade am Anfang. Ich brauche jetzt noch ein bisschen Premier League. Ja. Gehst du auf Hybrid, oder gehst du nicht auf Hybrid? Naja, ich muss notgedrungenermaßen auf Hybrid gehen, weil... Okay. Nicht alles von einer Liga hier kommt. Oh, der Mann. Okay. Nehme ich Maxi Mittelstädt. Heißt der überhaupt Maxian, ne? Maximilian, eigentlich, ja. Ja, Maximilian. Passt. Du bist ja gut mit ihm, ne? Ja, okay, okay. Kannst du ja mit Vornamen nennen. Oh, krank. Okay, nehme ich ihn mit. So, ich habe die ersten Elf schon fertig. Ja, ich auch. Willst du mir schon mal spoilern, wie viel Chemie du hast? Oh, nee, das behalte ich mir fürs Ende auf. Ich habe 23. Oh, okay. Ich sage mal, ich habe mehr. So viel kann ich hier spoilern. Oh, nein. Der ist wichtig. Den nehme ich mit. Der ist auch wichtig. Aber ich probiere jetzt einfach komplett eine Liga zu bauen. Ich gehe weg von dem Hybrid, damit ich auf 33 Chemie komme. Gib uns was Krasses, bitte. Ich habe einen guten Keeper und dann bin ich zufrieden. Nee, ich bin nicht ganz zufrieden gerade. Das ist aber auch nicht so gut. Ich habe auch Rating auch noch. Road to the Lockout gibt es dreifach, ne? Nein, ich habe eben auch Road to the Lockout. Jürgen. Einfach mit Regeln. Okay, komm. Ein IV, der aus der Premier League kommt, dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Wow. Übrigens, der Francis Coley, hast du den schon gespielt, bro? Francis Coley, nee, noch nicht, glaube ich. Ja, ist sehr krass. Aber wir gehen mit Francis Coley, aber der kann leider kein Z-to-Am. Das ist natürlich unlucky. Also, ich habe keine Z-to-Am-Position. Der kann nur Z-to-Am. Als ob er nur Z-to-Am kann in real life, bro. Ich nehme jetzt direkt den Keeper einmal mit, nur zur Sicherheit. Bitte. Bitte, 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 bitte. Oh, 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 oh. Oh my God. Das ist krass. Jude Bellinger, los und knockouts. What? Das ist geisteskrank. Ja, aber der fittet nicht. So, wo ich nicht so hoch bin. Ich glaube, ich werde es den probieren. Entweder der. Ach, das bringt mir alles nichts. Ne, ich mache den hier. Zack, rein. Komm, komm, komm. Oh, ja, das ist wichtig. Der ist sehr wichtig. Bam. Und jetzt nur noch der rechte Innenverteidiger. Der rechte IV-Bow. Erster wird gerade bei mir. Komm, 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 komm. Ich will nicht diskarten. Das wäre nicht gut. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Jetzt bin ich überfordert. Lieber was Gutes. Aber ich nehme erst mal den zur Sicherheit. Das bringt mir auch gar nichts. Warum mache ich das? Was für Rating hast du gerade? Ich habe gerade, warte, ich nehme kurz einen Spieler mit. Gerade ein 84er Rating. Oha. Mann, ich drehe hier durch. Das ist nicht gut. Komm, komm, komm. Jetzt geht mal rechten Innenverteidiger. Und ich mache hier Party. Wir machen Party. Ich wurde gebrochen. Ehrlich? Obwohl, warte mal. Der könnte meine Rettung sein. Das probiere ich noch einmal. Jetzt kommt meine Rettung. Rechter Innenverteidiger. Family League. Zoom es an, alle. Zoom es. Was? Kommt nicht. Oh Mann, ich bin auch im Bruch. Bei mir kommt auch nichts. Das kann nicht sein, Bro. Nein, die Britta bricht mich. Das wird hier auch nicht mehr besser. Ich hätte den Butler mitnehmen sollen. Ich ärgere mich so sehr. Das war so schlecht von mir. Oh mein Gott. Ja, was wir noch mal machen. Bitter ist. Bitter, 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 bitter. Warte, ich probiere noch was zu retten. Bist du schon durch? So gut wie. Ich gucke auch gerade noch ein bisschen rum. Aber wie es aussieht, geht hier nichts mehr. Ich werde es so machen und noch mal auf den Manager hoffen. Vielleicht kriege ich noch mal einen Punkt dann. Okay, ich muss auch loslassen. Das ist so bitter, dass ich den rechten Innenverteidiger hatte. Null Chemie bei mir. Null. Ja, bei mir ist es der Torwart mit Null Chemie. Du hast auch 30. Ja, ich habe auch genau 30. Okay. Ja, dann haben wir gleich die Voraussetzung tatsächlich. Dann könnte ich das hier sogar gewinnen. Okay, komm, wir holen den Manager ab. Komm, komm, komm. Ja. Und? Hast du jemanden, der was findet? Ich gucke gerade. Sieht nicht gut aus. So, ich habe abgegeben. Ich glaube, ich könnte das hier gewinnen. Ich glaube, ich könnte das hier gewinnen. Ich glaube, du könntest das Karten, Bro. Erzähl. Das wäre ein Bruch. Du hattest... Lass erst mal sagen, wie viel Chemie du hast. Hast du 30 gehalten? Ich habe 31. Ich habe sogar tatsächlich Manager bekommen. Der Spanier ist ja mein Glück. Ja, dann war es das wahrscheinlich. Jetzt Rating. Ich habe eine 84. Ich mache es kurz. 85. Ich habe dich in Chemie geschlagen. Ich habe dich in Team Rating geschlagen. Und in Batschouts Rating. Weißt du, was das bedeutet, Fabio? Mann, das kann ich nicht tanken. Ab im Transfermarkt für dich. Filter Eike. Dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, Freunde. Ich gehe auf den Markt drauf. Und da sind wir angekommen. Fabio, ich will die dritte Seite. Die dritte. Es soll die dritte Seite werden. Was denkst du? Was kommt da? Was denkst du? Es gefällt dir, was du siehst. Es gefällt dir, was du siehst. Ich sag mal so, ich habe 270k auf der Uhr. Wenn du jetzt hier den einen oder anderen Spieler triffst, dann... Drei! Drei! Oh, das ist doch einer der Besseren. Ja, wichtig. Also einer der Schlechteren im Sinne für mich einer der Besseren. Was? Was ist denn jetzt, Mann? Wer ist es? Ich weiß es nicht. Ich muss es mir angucken. Bevor ich dir irgendwas sage, ich gucke, was er kostet. Nein, 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 nein. Du machst mich nervös. Junge! Warte, 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 warte. Bitte sei nicht zu teuer. Wir gucken rein. Ich glaube halt, dass viele Icons... Oh, ja. Okay, doch. Okay, doch. Der bricht mich ein bisschen. Ah, 300.000 Münzen. Luis Hernandez hast du getroffen, Bro. Oh mein Gott, Bro. Warum sind die alle so teuer? Ich habe mich erst gefreut. 300.000? Du hast dich über 300.000 Coins gefreut? Ich dachte, der kostet 100k oder so. Luis Hernandez, der ist doch nicht gut. Hä? Es gibt nicht mal eine Icon, glaube ich, die 100k kostet, Bro. Hey, krank, krank, krank. Oh mein Gott. Was hätte es mich erwischen? Ein Chemiepunkt, ein Rating, kostet 300.000 Coins. Jetzt ist es gerade. Wir sehen uns gleich wieder. Gut, Freunde, ich habe ihn gekauft, den Hernandez, hier für 280.000 Münzen. Ein wirklich großer Krach. Großer, großer Krach. Gib ihn ab. Das ist crazy, Bro. Das ist unser Erster auf in der FC 25 und er freut sich über einen 300k. Das ist gerade, ich check's nicht. Freunde, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, so ein Draft Battle zu machen. 1 zu 0 stehe ich. Gefällt mir. Macht's gut, Freunde. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.